Hallo meine lieben Kartoffeln und willkommen zu der Auflösung des 200 Abo Special Gewinnspiels des Need for Speed World Accounts. Ja und wer da gewonnen hat, das erfahren wir in dem Augenblick, denn wir werden erstmal die Auflösung machen. Also wir zeigen nicht die Top Kommentare an, sondern die Neuesten und die Neuesten werden halt nach Nummern halt aufgeschrieben. Christa X hat vor 6 Tagen geschrieben, das heißt er ist zuerst, also er hat Nummer 1 bekommen. Dann hat Simon Stiefel vor 6 Tagen auch was geschrieben. Simon Stiefel wurde als zweites markiert und dann hat Niklas Kalkmann was geschrieben. Hallo erstmal herzlichen Glückwunsch, blablabla. Dritter und als viertes habe ich Krümelmonster Paul markiert. Und die werden jetzt alle um meinen Account kämpfen. Alle 4, die einen Kommentar geschrieben haben. Wie gesagt. Und ja. Jetzt habe ich 5 Zahlen genommen, das heißt, wenn eine 5 vorauskommt, ist es gar nichts. Aber wenn eine andere Zahl jetzt generiert wird, es ist Zufall. Es kann passieren, dass es 1 wird, es kann passieren, dass es 3 wird, es kann passieren. Jeder hat eine 50-50 Chance. Man kann zweimal generiert werden, ja, aber der, der als erstes jetzt generiert wird, der hat halt gewonnen. Und wir haben von der 5. Zahl gestartet, das heißt, die 5. Zahl wird gleich nicht generiert. Falls es nochmal kommt, dann machen wir einfach nochmal. Okay? So. Okay. Jetzt kämpfen diese 4 Plätze. Also wenn jetzt eine 1 herauskommt, dann hat Krista X gewonnen. Wenn jetzt eine 2 herauskommt, hat Simon Stiefel. Und wenn das 3. kommt, dann kommt, da hat Niklas gewonnen. Und wenn eine 4 kommt, dann hat Krümelmonster Paul gewonnen. So. Jetzt auf 3, 2, 1 generieren wir und erfahren, wer den Need for Speed World Account tatsächlich gewonnen hat. 3, 2, 1. Seid gespannt, Leute. Es ist eine 4. Es ist eine 4. Krümelmonster Paul. Krümelmonster Paul. Herzlichen Glückwunsch. Du hast meine Need for Speed World Account. Ja, bekommen. Schreib mir unter diesem Video bitte deinen Skype-Namen. Und natürlich mit diesem Account Krümelmonster, damit ich weiß, dass du es bist. Und schreib mir, dann add ich dich und dann bekommst du deinen Account geschenkt. Ist das nicht toll? Freunde. Und natürlich, wenn ihr mehr Gewinnspiele wollt, dann abonniert. Lasst ein Like da. Und auf jeden Fall schreibt, was wir noch verlosen könnten. Und ob ihr da mitmacht. Lasst eure Freunde wissen, dass wir Gewinnspiele machen. Und falls ihr Bock habt, auf mehr Gewinnspiele dabei abonniert. Und lasst uns das in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, dann bis morgen. Sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Und ciao. Ciao.